Hallo YouTube und willkommen zur neuen Technik-Faultier-Video. Es wird endlich Zeit für meinen Testbericht zum neuen Honor Magic 6 Pro in dieser wunderschönen, matten, schwarzen Glas-Version. Das Honor Magic 6 Pro habe ich jetzt volle sechs Wochen auf Herz und Nieren getestet. Ich hatte es bereits vor der offiziellen Vorstellung zum MWC, seitdem gab es einige Updates. Und natürlich bin ich hingegangen, habe es mit seinem direkten Vorgänger, dem Magic 5 Pro, aber auch mit anderen Smartphones verglichen. iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 8 Pros, Samsung S24 Ultra fliegt hier bestimmt auch noch rum. Also ich habe mir in den letzten Wochen sehr viel Zeit genommen. Es gab auch einiges an Updates und ich musste mir die Zeit auch ein bisschen nehmen, denn bei der Kamera war ich etwas unschlüssig. Natürlich gehen wir das Glanze jetzt gleich der Reihe nach durch. Das Gerät von außen, wie gut lässt es sich bedienen? Es ist mit knapp 230 Gramm echt ein großer, teils schwerer Klopper. Aber habe ich schon Abnutzungserscheinungen, gerade in dieser matten Glasrückseite? Spoiler, nein. Wie gut ist das richtig helle Display? Wie gut sind die schönen Lautsprecher? Wie gut ist die Performance? Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM unter der Haube. Was ist dann jetzt hier mit unseren neuen Kameras, über die viel gesprochen wird? Wie gut ist die Akkulaufzeit? Posted ist zusammengeschrieben. Wie gut kann man damit telefonieren, empfangen, navigieren? Was habe ich mit IP-Zertifizierung? Habe ich nach wie vor Infrarot und, 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 und. Und ich spoilere es so viel. Das ist ein sehr gutes Telefon mal wieder und sehr gut, dass Honor dann doch irgendwie den Preis gesenkt hat, weil dieser UVP-Preis von 1300 ist ein bisschen hoch. Aber die Kiste gibt es ja auch immer jetzt noch für eigentlich 1000 Euro. Und das ist dann wieder äußerst interessant, gerade im Vergleich zu den anderen Geräten. Aber es ist halt ein großer Klopper und ich lobe es bei der Kamera nicht über den Klee. Und ganz im Gegenteil, bei der Videoqualität haben wir einen Rückschritt im Vergleich zum letztjahres Gerät. So, aber jetzt der Reihe nach. Als erstes, das Gerät von außen. Es ist, wie gesagt, groß. Die Glas-Version sind 229 Gramm. Und das merkt man. Oben mit dieser fetten Kamera, vor allem mit dieser dicken Umrandung, die man eigentlich auch schmaler hätte designen können. Das ist das Erste, was einem auffällt. Es ist relativ groß, 6,8 Zoll. Es ist relativ schwer. Es ist relativ breit. Und ich komme echt immer an diesen Kamerahuckel. Das hat teilweise einen Vorurteil, dass man es vielleicht noch ein bisschen besser abstützen kann mit dem Zeigefinger. Und dann mit dem kleinen, wie so oft stützt man immer sein Smartphone heutzutage von unten ab. So, dass man es doppelt stützt. Aber so richtig angenehm in der Hand kommt es nicht rüber. Muss ich ganz klar sagen. Und es wirkt auch mit diesen fetten Kameras. Gut, die Technik muss irgendwo hin. Aber es ist auch kopflastig. Deswegen hier wieder definitiv ein Gerät. Vorm Kauf bitte mal in die Hand nehmen. Die Verarbeitung ist dafür über allen Zweifel erhaben. Und in der Glas-Version sieht das mega aus. Es ist nicht geputzt. Die ganze Zeit. Nein, es ist eine matte Glasrückseite. Es geht. Liebe Hersteller, liebe andere Hersteller. Ja, so baut man schwarze Smartphones. Genau so. Da habe ich wirklich so gut wie keine Fingerabdrücke. Klar, wenn ich ganz genau hingucke. Aber halte ich das Gerät einfach hoch, sieht das immer noch, sieht das immer gut geputzt aus. Sehr schön. Und ich empfehle an dieser Stelle ganz klar die schwarze Version. Nicht diese grüne Version. Das Grün sieht ein bisschen verwaschen aus. Und dieses Kunstleder fühlt sich eher an wie Gummi. Ich persönlich sage ja, es ist irgendwie die Vorhaut Yodas in der grünen Version. Absolut nicht mein Geschmack. Und vor allem farblich ist das eine. Aber wenn man es mal in die Hand nimmt, nee, das ist echt eher Gummi. Verarbeitung. Schön. Ich habe keine Kratzer reinbekommen. Das Ding war jetzt wirklich sehr oft mit dabei. Und wenn es nur im Rucksack hin und her getragen wurde oder Akkutests gemacht hat. Also auch unten am USB-C-Port nichts. Obwohl wir ja diesen leicht glänzenden Rahmen haben. Das geht alles in Ordnung. Also passt. Einhandbedienung habe ich nach wie vor hier dabei. Ich habe die 3G-Gesichtsentsperrungsnummer. Könnte für meinen Geschmack ein bisschen schneller sein. Hat aber hier anscheinend den Vorurteil, dass es noch mal sicherer ist. Dadurch habe ich halt die breitere Notch auch mit den 3D-Sensoren da drin. Aber die Entsperrung, ja, es funktioniert auch bei wenig Licht oder keinem Licht, ja. Aber für meinen Geschmack könnte es noch einen Ticken schneller gehen. Denn ich habe das Gefühl, der Fingerabdrucksensor, leider nur optisch, ist ein bisschen schneller unterwegs. Der hätte übrigens noch mal ein bisschen weiter oben sein können. Vibrationsmotor passt, auch wenn er hier und da ein bisschen vielleicht ein Tacken zu stark ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben ihn gebändigt im Vergleich zum letzten Jahr. Also, groß, schwer, aber designmäßig top. Und Bedienung und Verarbeitung haut auch hin. Wobei natürlich, auch wenn wir das haben, ich komme wieder nicht an die Lautertaste. Egal ob Links- oder Rechtshänder, auch die Seitentasten zu weit oben. Aber Verarbeitung auch nach diesen Wochen, hier wackelt und klappert nichts. Schön. Das Display, wir machen direkt mit schön weiter. Ja, es hat nur eine Full HD Plus Auflösung. Aber das ist ein richtig helles Display. Das war ja auch auf dem MWC. Barcelona, die hatten da schon pralle Sonne. Bei uns kommt sie jetzt ja auch langsam. Aber das Ding wird richtig hell und richtig ablesbar. Gefällt mir. Blickwinkel, Farben, das haut alles wirklich schön hin. Und ich habe ja hier eins noch der wenigen Displays, muss man ja heutzutage sagen, was noch leicht zum Rand hin abgerundet ist. Macht das Probleme bei der Fehleingabe, weil viele wechseln? Nein. Ich finde, das Edge-Display macht das Gerät sogar noch einen Ticken schlanker. Obwohl es ja so ein Klapper ist. Aber 1A-Display. Da habe ich nichts dran auszusetzen. Gefällt mir. Und die maximale Helligkeit und alles schön. Ich schnappe mir für die Lautsprecher nächstes Thema eben ein Video. Hallo YouTube. So, volle Möhre, volle Lautstärke. Hier ist das Mikro. Ich habe es jetzt mal kurz ein bisschen runter reduziert von der Lautstärke. Nochmal volle Möhre. Richtig laute Lautsprecher. Und vor allem auch welche, die, wenn ich sie aufdrehe, kaum verzerre. Und ich habe das Gefühl, hier kommt ein Hauch von Bass und Wärme über das normale Smartphone-Maß ein bisschen hinaus. Ich habe irgendwie eine Aufteilung von 55 zu 45 Prozent, was die Schallverteilung angeht. Das Bass-Wärme-Zeug ist ganz klar hier unten nochmal raus. Aber es vibriert auch wenig. Ich muss schon über 80 Prozent gehen, dass es am Rahmen seltsamerweise ein bisschen vibriert. Das Gerät selber nicht. Das kommt wahrscheinlich durch die große Bauweise oder den krassen Akku oder was nicht alles. Aber unterm Strich richtig laute Lautsprecher. Damit unter der Dusche. Ich muss das noch nicht mal voll aufdrehen. Halb aufdrehen Lautstärke reicht, um unter der Dusche noch Nachrichten zu hören. Oder abends beim Kochen Podcast oder was nicht alles. Ich habe genau in die andere Richtung keinen Grundrauschen. Das heißt, damit leise abends noch im Bett Hörspiele hören passt. Und damit jetzt, was weiß ich, aktuell, ne, Three-Body-Problem, dann doch noch abends im Bett zu gucken. Mega. Also mega. Also wenn man es dann laut aufdrehen möchte. Und wenn man natürlich anderen auf den Beutel gehen möchte, im Bus und Bahn, was ihr bitte nicht tun, könnte man damit auch. Also auch Lautsprecher echt, echt gut. Performance. Snapdragon 8 Gen 3 habe ich schon gesagt. 12 GB RAM. Die Kiste rennt. Das ist ruck, zuck, butterweiche Bedienung. Auch wenn ich dann zwischen den Apps wechsle und sowas. Ja, da sagt der ein oder andere wieder, was hast denn du? Ja, aber auch, das ist egal was. Das passt. Auch Spiele-Performance und, 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 und. Natürlich wird die Kiste auch warm. Aber ich denke, Honor hat das einigermaßen okay noch im Griff. Und das heißt für mich im normalen Alltagsnutzen, die Kiste rennt. Die Performance ist da. Auch für etliche Jahre. Was die Updates angeht, glaube ich, das reicht dann dicke aus. Das ist was, wo ich bedenke, passt. Also da mache ich mir keine Gedanken. Und das ist genau das, wo ich die Kiste performancemäßig sehen möchte. Also das ist was, bin ich total zufrieden. Natürlich, wenn ich hier gewisse Fotos wieder abspeichere, Langzeitbelichtung, bis dann das AI-Zeug da nochmal rüber gerendert ist. Das dauert dann teilweise noch was. Aber das passt. Eine hervorragende Überleitung zur Kamera. Denn die Kamera ist ja das, was wir jetzt neu haben. Letztes Jahr hatten wir nur poplige 3x50 Megapixel. Die überraschend gut waren, auch in der Kombination. Dieses Jahr wird es ein bisschen komplizierter. Denn ich habe eine 50 Megapixel Hauptkamera. Sehr gut. Ich habe 50 Megapixel Weitwinkel. Für mich die Enttäuschung. Und ich habe eine 180 Megapixel zweieinhalbfach optische Zoom-Linse. Das wurde dann verkauft als Neuheit, dass ich hier noch besser zoomen kann. Ganz ehrlich? Nein. Da zeige ich dir die ganzen Bilder. Hauptkamera, Weitwinkel, Zoom und noch ein bisschen Digitalzoom. Und das hundertfache Digitalzoom ist Grütze. Das ist Grütze. Nein, das will man nicht. Und die Hauptkamera ist gut bis sehr gut. Gar keine Frage. Wenn ich da noch ein bisschen Arbeit reinstecke, mit der Belichtung auch gerade nachts, dann ist das traumhaft. Aber die Weitwinkelkamera, die verzerrt an den Rändern. Ich habe fast jedes Foto, was ich mit der Weitwinkelkamera mache, wo am Rand noch ein bisschen oder wo überhaupt ein bisschen Bewegung ist, ist unscharf. Also an den Bewegungen, das ist sowas, wo ich sehr enttäuscht bin dieses Jahr mit dem Weitwinkel. Der Zoom im optischen Bereich ist gut. Und darüber hinaus das Digitale. Ganz ehrlich, ob jetzt 50 Megapixel aus dem letzten Jahr oder 180 Megapixel hier. Das ist kein Unterschied. Und jetzt weiß der, was der ein oder andere ruft. Ja, aber DxOMark hat das doch jetzt wieder super duper bewertet. Zu DxOMark Bewertungen sage ich nichts. Da könnte ich aus dem Nähkästchen plaudern. Aber, aber, nein, nein, nein. Also Fotos mäßig Hauptkamera passt. Aber Weitwinkel und Zoom ist halt auf dem Level. Das ist eigentlich dann wiederum nicht Flagship gerecht. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Rückschritt im Vergleich zum letzten Jahr. Vor allem in der Abstimmung, was die Fotos angeht. Was definitiv ein Rückschritt ist. Ist die Videoqualität. Bei den Videos macht Honor dieses Jahr einen krassen Rückschritt. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr war das eine positive Überraschung. Die Videoqualität ist dieses Jahr schlechter als beim Vorgänger. Und vor allem habe ich das Gefühl, ich weiß, Honor ist nicht mehr Huawei. Aber ich fühle mich an alte Huawei-Zeiten erinnert. Wo man mit einem P20 Pro, P30 Pro mega geile Fotos machen konnte. Aber die Videoqualität war halt im Vergleich absolut Grütze. Und so ist das hier auch. Und auch das Audioaufnahme, egal ob Front- oder Rückseite, wirkt ein bisschen dumpf. Egal, was sie hier videomäßig gemacht haben, es überzeugt mich nicht. Das heißt, wo ich sonst bei einem Apple-Flagship-Smartphone, bei einem Samsung-Flagship-Smartphone, auch bei den Videoqualitätsdingern, wo auch Honor letztes Jahr auf einem guten Weg war, nicht Pari mit denen, aber überraschend videomäßig positiv war, ist das dieses Jahr? Nein, das ist ein Smartphone, was ihr nicht für Videos benutzt oder für eure TikTok, Tok-Tok, Insta-Tube-Karriere, was auch immer. Klar, für die WhatsApp-Nachrichten in der Familie zum Videochatten und sowas reicht auch das hier dicker aus. Gar keine Frage. Aber es ist nicht das, wo man sich denkt, boah, das ist so ein geiles Kameratelefon und die Fotos rocken mit der Hauptkamera und das ist dann bestimmt auch im Video. Und letztes Jahr, das war ja ein guter Schritt und das ist jetzt einfach nochmal die Weiterentwicklung. Nein, das ist, wie gesagt, ein Rückschritt. Eigentlich vier Rückschritte. So, kommen wir zur Akkulaufzeit. Mega, jetzt kommt die Lobhudelei, nachdem ich kameramäßig draufgehauen habe. Das ist, glaube ich, mit das beste Smartphone, was die Akkulaufzeit angeht, was ich bisher hatte. Ich halte mal den Post-it in die Kamera. Honor hat hier ja was mit seinen Kathoden, andere Technologie und schraubt jetzt hier auf dem Papier, sind es 5600 mAh. Das ist ja auch immer die Frage, wie, was, wo, wann. Aber die Messwerte sagen das eine und der Erfahrungsbericht sagt nochmal was anderes. Erstmal das Standardzeug. Eine Stunde Netflix, Autohelligkeit. Sieben Prozentpunkte. Mega. Eine Stunde Netflix, 100 Prozent Displayhelligkeit. Acht Prozent. Dabei muss man aber sagen, das, was ich hier an Maximum einstellen kann, ist bei weitem nicht das, was das Display an Maximum kann, wenn draußen die Sonne scheint und es in diese Burst-Modi geht oder sowas. Normale Nutzung, 9 bis 10 Prozent. Sehr gut. E-Books, Comics, 7 Prozent. Standard. So, ach toll, jetzt habe ich hier den Rest nicht aufgeschrieben. Mich honki-tonki. Das ist also beim Laden, aber dazu kommen wir gleich. Also, Messwerte sind top und das Gerät im Alltag nutzen, mega. Eigentlich kann ich es als schon fast Intensivnutzer fast zwei Tage nutzen und ich kriege es nicht leer. Als normalen Nutzer kann ich hier sonst was mit an. Ich kriege das nicht leer. Auch als, das ist ein Smartphone, das kann ich den ganzen Tag nutzen, den ganzen Tag drauf gucken, parallel noch einen Hotspot für andere Dinge aufmachen und dann habe ich es abends immer noch nicht leer. Also, wirklich, wirklich traumhaft. Also, muss man nicht anders sagen, aber es ist halt die Kombination, Snapdragon, OLED-Display und dann OLED-Display auch nur mit Hund-Full-HD-Plus-Auflösung, was auch nochmal was dazu beiträgt und 5600 mAh Akku, wo andere ja irgendwie über 5000 Ende machen. Klar, also, wenn man das so sieht, muss die Akkulaufzeit Bombe sein und das ist sie und das ist sie auch im Alltag. Das heißt, auch ein langes Wochenende oder fast sogar ein Kurztrip, vielleicht nochmal über vier Tage, wenn ich mich zurückhalte, tagsüber ein paar Fotos mache, morgens mit Hund und Hund, brauche ich eigentlich nicht laden. So, jetzt kommen wir zum Laden. Eins, 10% auf 100% wieder voll geladen, Pi mal Daumen eine halbe Stunde, wobei es da noch Unterschiede gibt. Denn Honor legt dem Gerät kein Netzteil bei. Es kann ja kabelgebunden mit bis zu 88 Watt laden. Habe ich so ein 88 oder das 100 Watt Netzteil von Honor, was Honor, glaube ich, für 17 Euro immer noch zum Kauf optional macht, dann geht das rucki zucki. Dann bin ich hier in diesen 35 Minuten zum volle Möhre aufladen. Lade ich es normal auf, ich sage mal auch an 100 anderen oder an 65, nee, 100 Watt kommt auch aus Netzteilen, dann lädt es teilweise nur bis, was waren das, 55, 54 Watt, was ich so gemessen habe. Das ist immer noch schnell und das reicht auch immer noch auf, dass hier ein paar Minuten, 10 Minuten dran laden und ich habe über 30% geladen. Alles tuffig, alles toll, ja, 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 keine Frage. Aber für dieses super duper Laden auf dem Papier muss ich dann das anscheinend das Onya Kombinationszeug machen. Drahtlos laden kann es, glaube ich, mit 50 oder 55 Watt. Dann dauert es natürlich immer noch ein bisschen, 66 Watt waren es, dann dauert es immer noch ein bisschen länger als volle Möhre am Kabel. Aber es ist halt trotzdem immer noch unter einer Stunde wieder aufgeladen und das drahtlos. Also das sind so Sachen, da stehst du da und denkst dir nur so, geht doch. Also nicht nur fetter Akku, den du nicht leer bekommst, sondern dazu auch noch schnelles Laden. Dann, toll, also da bin ich jetzt auf dem Trip, wo ich mir einfach nur denke, Akku, Akku, super Pluspunkt. Telefonieren kann man damit auch, absoluter Standard. Da lobe ich nichts, das ist normal. Da merke ich keinen Unterschied zu anderen Geräten. Auch beim Empfang, Datengeschwindigkeiten, Funkzellen, wo ich meine normalen Tests mitmache, passt das alles im heimischen WLAN auch. Es ist irgendwie, habe ich, glaube ich, letztes Jahr noch in Erinnerung, dass WLAN super duper war. Das ist hier jetzt einfach nur Standard. Vor allem, weil ich sagen muss, man muss ja genau hingucken, 6 GHz Band wird nicht unterstützt. Also das dafür. Das wäre auch was, wo ich mir denke, gerade für den 1300er UVP hätte hier Wi-Fi 6i oder Wi-Fi 7 unterstützt, also drauf sein müssen und damit auch das 6 GHz Band. Da haben sie ein bisschen gespart. Wo sie nicht gespart haben, eSIM-Unterstützung ist an Bord. Yeah. Und dann haben wir die sonstigen Punkte. Wir haben eine IP68-Zertifizierung. Schön. Ich habe einen Infrarot-Port. Schön. Ich habe das Bluetooth 5.3. Klar hätte man jetzt sagen können, da hätte es auch 5.4 noch sein können. Ja, aber modze ich jetzt nicht rum. USB 3.2, das Übertragungsstandard, das passt auch. Oh ja, und UWB haben sie eingespart. Wobei, wenn du da nicht wie Samsung oder Apple dein eigenes UWB Honor-Tracking-Zeug aufbaut, dann, ja, aber hätte man auch noch machen können. So, und jetzt sind wir am Ende. Zu AI muss ich zum Glück nichts sagen. Da macht Honor nicht so wirklich was viel. Natürlich sagen sie für die Fotoerkennung und, 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 und was. Und jetzt kommen wir zum Preis und zum Fazit. Wie gesagt, UVP, es gibt nur eine Version und die mit 12 GB RAM, 512 GB Speicherplatz. Micro SD, keine Speichererweiterungsmöglichkeiten. Bei 512 GB bin ich aber geneigt, dem zu verzeihen. Vor allem, wenn ich 3.2 USB als Übertragungsstandard habe. Aber für 1300 Euro, wenn der Vorgänger 1200 gekostet hat? Ne. Also allein das ist ein 100er, nein. Klar, sagt der eine oder andere, ja, aber das Display ist noch mal heller und der Akku ist noch mal größer geworden. Ja, aber dafür sind dann so andere Sachen. Display-Auflösung hätte noch mal was sein können. Und das Kameraergebnis, nee. Und dass es jedes Jahr ein Smartphone einen neuen Prozessor hat, das setze ich eigentlich Standard voraus. Dass ich von meinem Gefühl eigentlich sagen müsste, der 100er mehr Aufpreis im Vergleich zum letzten Jahr, und dabei ist es ja nur eigentlich eine normale Weiterentwicklung, sehe ich nicht. Und das muss man ja auch sagen, wo Apple und Samsung ja die Geräte ja eigentlich günstiger gemacht haben im Vergleich zu den Vorgängern aus dem letzten Jahr. Aber um diese 1300 müssen wir uns ja gar nicht kümmern, sondern, das weiß anscheinend auch Honor, deswegen werden die Geräte nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern deutlich günstiger verkauft. Und das Ding kriege ich nach wie vor für 999 Euro Marketingpreis oder halt 1000 Euro. Und für 1000 Euro, ja. Also das ist so ein Preis, wo ich wieder denke, ja, ja, ja. Natürlich mache ich hier Kompromisse neben bei den Kameras. Vielleicht kommt ja noch ein Update, ne. Und ich muss auf vernünftige Videos größtenteils oder auf sehr gute Videos oder auch teilweise auf gute Videos verzichten. Und ich kriege nicht so viele Updates wie bei anderen. Was sagen die hier? Vier bis fünf, vier Jahre OS, fünf Jahre Sicherheitsupdates. Aber man hat die Einschränkung, die müssen erst mal kommen. Und Honor muss man auch sagen, sie sind unabhängig von Huawei, sie sind ihr eigenes Unternehmen. Aber an der Softwareseite, da sind sie eben nach wie vor lahmarschig. Denn die Frage ist, ganz ehrlich, ja, man sieht ja, die Updates kommen. Aber die Frage ist, wann kommen die? Wir sind jetzt Anfang April und ich habe hier nach wie vor den Februar-Sicherheits-Patch. Da muss ein bisschen mehr Zucht kommen für Mittelklasse oder Einstiegsgeräte. Was gibt es ja auch noch? Magic 6 Lite oder sowas. Wobei 400 Euro, 350 Euro UVP oder sowas ist ja kein Einstiegsgerät mehr in dem Sinn. Auch wenn es ein Snapdragon 6er hat. Boah, aber das ist nicht das Thema. Da wäre ich vielleicht bereit zu sagen, alle zwei Monate, quartalsweise die Updates. Aber nicht im Flagship-Bereich. Nicht, wenn ich sage, das ist eigentlich ein 1300-Euro-Gerät. Preislich in einer Linie mit einem Samsung S24 Ultra, mit iPhones. Ja, ich weiß, die sind ja nochmal einen Ticken teurer hier und da. Wobei die auch krasse Vorbestelleraktionen hatten bei Samsung dieses Jahr. Wenn man dann schon vergleichen möchte. Aber da müssten Software-Updates laufen auf einem anderen Level. Muss man auch sagen. Aber trotzdem, wenn ich mir das angucke, ich kriege für 1000 Euro ein großes, schweres Gerät. Ja, da hatten wir ja alles durchgegangen. Aber mit einer top Akkulaufzeit, einer super Performance, einem fantastischen Display, sehr guten Lautsprechern und zumindest einer sehr guten konstanten Hauptkamera. Und ich habe noch jede Menge schöne andere Features. Und diese lange Akkulaufzeit und das schnelle Laden, wenn ich denn für 17 Euro dieses 100-Watt-Netzteil kaufe. Was eigentlich ein okayer Preis ist. Auch wenn man sagen kann, für einen Preis von 1000 oder 13, gerade 1300 Euro, hätte auch ein Netzteil, was das unterstützt, beiliegen können. Also da hätte man jetzt nicht sparen müssen, meiner Meinung nach. So. Geht absolut. Was ich sagen wollte. Tolles Teil von einem Honor Magic 5 Prof. Auf das wechseln, macht ja sowieso keiner. Und wenn ich jetzt überlege, das kostet 9.000er. Ich kriege den Vorgänger vielleicht für 700, für 300 Euro Unterschied. Das war ja 720, 750 war so der Black Friday Preis oder sowas. Ich habe jetzt nicht geguckt. Aber für 300 Euro Unterschied, da würde ich sowas von noch zum Vorgänger greifen. Der sich hier im Vergleich schon auf leicht filigran anfühlt oder so. Nein, das stimmt jetzt nicht. Auch der Vorgänger ist ein dicker, breiter Klopper, auch heutzutage noch. Aber das hier fühlt sich nochmal schwer und unhandlicher an. Und das habe ich damals bei dem hier schon gesagt. Aber da hat Honor dieses Jahr noch einen drauf gesetzt, dass das, das 5 war im Endeffekt immer noch sehr leicht und filigran, will ich fast sagen. Aber es trotzdem nimmt die Teile vorher in die Hand. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.